Hallo, willkommen zurück, Maloufer2. Ihr fragt euch bestimmt, wieso ich diesmal nicht beim Ladebild zum Start an? Tja, wir hatten ein kleines Problem mit dem Spicer. Ich musste nochmal das ganze Rätsel von vorn machen, weil irgendwie wurde alles, was wir in letzter Folge getan haben, nicht gespeichert. Aber irgendwie haben wir in der letzten Folge auch nicht wirklich viel gemacht, außer dieses Rätsel hier. Und jetzt muss ich auch noch jeden Montel nochmal holen gehen. Nein, war ja so. So, Montel. Wer habe ich denn nochmal angezogen? Tja, ne? Ähm, naja, was mache ich da? Rüstung. Ja, optimal, also. Ne, was macht der Montel nochmal? Ich hab's vergessen. Aber wenn Feuerball, okay. Oh, was? So, dann geht's jetzt endlich mal weiter. Äh, was mache ich da für ein Zeiss? Hm. Äh, noch mehr Rätsel. Äh, was haben wir denn hier? Äh, ein Büffel. Okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Aushalte haben. Ich weiß nur, dass Maxim irgendwie keine Zornpunkte bekommt, weil er nie angegriffen wird. Ich weiß nicht, wie viel die Aushalte nicht. So, was wir jetzt fahren? Einen Eisball. Hab ich's auch nicht. So, wenn ich das jetzt hier richtig seh... und was ist denn das Fakten die Klinik ist für sich in Räumen nicht gelangen sind für die Position der Salter wohlgesungen Hallo, Filtermaus. Ich brauch irgendwas für nachdenken. Also, mit Insider und Tiveris. Also, Richtung wo das Portal hingeht. Okay. Also, von hier an ist dieses ganze Let's Play eigentlich blind. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Nein, das mach ich dann. Probier mal alles aus. Auch ein Rätsel. Ähm, mir baue ich wohl ein Pfeil. Ähm, ja. Ein Pfeil bitte. Danke. 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 Danke, danke. Danke. jetzt geklappt hat aber auch egal ich nehme mal an so wollte ich den hier besiegt habe gehen die jungen vor allem da oben runter und dann kann ich mir ansehen was in der Satzschule ist wenigstens die Gegner relativ anfangs glaube ich war eine gute Idee eben vor daraus zu levelen das einzige problem ist irgendwie wird Maxim überhaupt nicht mehr getroffen und er bekommt keine Ruhepunkte mehr gut hat geklappt was ist denn hier ist eigentlich drin Lichtmesser und wer kann das anziehen was du willst ein Kampfmesser haben? Perfekt Nein, ich hab das nicht, okay Das macht weniger Sahne aber was erhöht das? Die Magieabwehr Ja, ich glaube es gibt das dann mal hier So, und was haben wir hier? Wir sind Okay, was hier ist, ist irgendwie klar Da geht es wohl weiter, also Okay, das hier ist auch klar und auch Mist Oh mein Gott, das ultimative Rätsel Okay, Wunderfrucht Ähm, Wunderfrucht, was macht das denn? Die Wunderfrucht Nagen für Kopfhörer, sie kann überlassen gehen Ähm, so war das mal einfach Nee, oder doch Wir versuchen es einfach mal aus Ich frag mich jetzt wirklich, was das ist Und ich hab das Gefühl, dass man das auch Dass der das auch nie verlangen wird Okay So, und wieder Fuck hier Ähm, dann war hier unten noch was, ne? Jo Das ist wohl auch wieder so ein Siegier Alle Gegner, um irgendwas frei zu sein Ah, das ist sowas von doof Das ist Traum ist Ja, so könnte ich schon aufbauen, na toll Ähm Schauen wir mal, wie stark die Gegner hier sind Ähm Ähm Okay, die flüstern Das ist doof Und die machen Sade, ein Signal Okay, ich hab aber irgendwie das Gefühl, dass die... Ah ja Ah, geht doch, okay Hm Okay Also es geht um, hier müssen wir wieder alle Gegner besiegen, damit hier die Tür aufgeht Äh, was ist wieder jetzt? Das kommt von uns an Okay, hab ich nichts Ah, ich hab keine Lust Ah, der kann reichen aber wohl noch nicht Ich hoffe mal einfach, dass Funke reicht jetzt Sterbt einfach, bitte Danke Hm Fummi bringt so ein... Ja, Fummi schlag, sehr gut Komm her Einmal Funke drauf Einmal Tropfen drauf Den Fummi schlag Den Fummi schlag Aua Und dann sollten die auch Herrgesichte sein Ah mein Gott Okay, was haben wir denn hier Schönes? Warte Okay Komm mal her Was soll das denn, ne? Komm Okay Okay Interessant Halk und Verstärkung Ja, sicher Ja, sicher Ja, sicher Ich glaub Ich glaub Ich geb Doch Eine Peize bitte Gut, äh Rüstung Äh Doch ich lass das mal so sein, aber die Peize wirst du sofort bekommen, mein Junge Ja, hast du deinen Namen lassen Ja, hast du deinen Namen lassen Ne, Mütze habe ich nichts, nein, nein Okay Nächstes Rätsel wäre irgendwie darüber zu kommen Also, ist ungünstig nochmal den anderen Raum an Also, ist ungünstig nochmal den anderen Raum an So, hier sehe ich auch nichts, äh, nicht wirklich wie, dass hier weitergehen so So, hier sehe ich mal ein bisschen, wäre vielleicht ne Idee, aber Ich hoffe, wie es los wird, wenn wir Abo-Team nicht vollfüttern, weil... Ich hoffe einfach mal, dass gleich dieser Meta-Wolken voll ist und dann sehen wir mal, was passiert. Ich nehme einfach mal irgendwelche Wunderfrucht oder so, die... Nicht meistens, also, es gibt meistens drei oder so... Äh, drei Strisse, aber kann das auch sein, dass wir... Das muss man... Warte... Okay. Okay. Okay, die Kiste... Da können wir nicht... Nicht mitnehmen. Also kommen wir auch nicht da rüber. Aber herunter... Oh mein Gott, ich bin so dämlich. Wollen wir jetzt das hier reinlegen? Jetzt hier hochgehen. Wir können wenigstens mal das... Aha! Jetzt ergibt alles einen Sinn. Und dann geht's hier weiter, ne? Ja, genau. Okay, noch ein paar Kämpfe... Ach, tja, du hast überhaupt keinen Sinn. Zähm' dies einen von dir. So, bitte. Okay. Und du Kröte... Ähm, Stochelechse. Die Krimis mehr nach dem Igel oder so aus. Ich glaube, es muss auch... bald... eine kleine Aufnahme auf Hause machen. Ich hoffe anfang mal, dass... Lebensnektar... äh... äh... das... Kampfmastartikel... dass wir gleich soweit sind, dass... äh... äh... ich irgendwo jetzt beißern kann. Untergrundgewässer nicht betreten, wer weiß mehr. Oh. Da geht's wohl weiter, das... Heben wir uns dann für nächstes Mal auf. Und dann wäre ich ziemlich froh, ob irgendjemand in den Kommentaren schreiben könnte, wie ich zum Himmelsgott diese eine Herzkiste da bekommen soll. Also... ich werd's ja euch nochmal zeigen... und dann geh's besser. Obwohl... wenn ich's jetzt weiß... äh... muss ich nochmal den ganzen Weg runterlaufen. Boah, das soll's schon klappen. Aber... ich hab jetzt nicht so weg, dass viel los ging, wenn diese... Gegner hier zu kämpfen. Ja. Oh mein Gott. Also... wenn die Idee habt, für die Schatzkiste da zu bekommen, wär toll, wenn... ihr mir da helfen könnt. Weil... Oh, ich könnte ein bisschen ausprobieren. Aber... ich seh da nicht wirklich, ist nur ein... Hm... man könnte noch eine Sache ausprobieren. Nein, das ist nicht... Was ist wenn... Das könnte man vielleicht versuchen, aber ich hab keine Ahnung, ob das so funktioniert. Naja... geht nicht. Es sieht ziemlich danach aus, dass... dieser hier... Naja... das geht nicht. Ähm... Was könnte man noch versuchen... Pfeile... Naja... Also... mir fällt nichts ein. Also... eine Bombe bringt hier. Okay... ich hab's raus. Danke für eure Hilfe. Drachen... Brachenei... Okay... Tasse ist mir weggesetzt. Was... Himmelsgott ist ein Drachen. Soll man auch davon, damit... der Eierdrache ein Himmelserfügt. Ähm... He... He... Dragon Ball! Dragon Ball! He... He... Oh... Wie schön. Ich geh dann halt mal Spice an, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Weil du... Zwei. Nervt nicht schon Himmelsgott noch mal. Also... Drachen... Ahja... Mh... Wieso nicht gedeckt, Drachen... bei... beim großen Sanlong, oder? Oh... Ähm... Also... Nächstes Mal... Hören wir uns an... an, was die Liebe zu sagen haben. Weil wir wissen ja jetzt, wo sie sind. Und sonst... Weil irgendjemand eine Idee hätte, was ich das ausmachen könnte, ich weiß nicht... Vielleicht... ob es vielleicht klüger wäre... die Listklinge... Maxim zu geben... Weil ja dann mehr Schaden zu... Moment... Man muss das jetzt jedes Mal machen... Nein, Gott sei Dank nicht... Okay... dann war es wirklich nur... Schuld... an... ähm... Also... ich hab einfach vergessen, erstmal zu speisen und irgendwie... okay... Wo ist man denn ziemlich sicher, dass ich es gepostet hatte? Oh... Keine Ahnung... Ich glaub diese Folge wird eh ziemlich lange... Ich überleg grad... Oh... hab auch... von Navi bekommen... Okay... Äh... Dolce hat er gern... Hab ich nicht dabei... Also ich überleg mir grad... Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach jetzt... sofort weiterspielen soll und hier nur die Aufnahme beende... Was? Also... Ja... Natürlich... Oder... Doch ich glaub... Ist dann da einfach die Aufnahme hier... Und dann... Nehm ich was anderes auf... So... So... Okay... Hm... Sehr voll... Daher voll... Und... So... So... Und jetzt... Will ich nochmal nachsehen... Habe ich gebessert? Ja... Also... Hm... Hm... Habe ich jetzt wirklich mehr wie 20 Minuten aufgenommen... Okay... Ciao... Ah ne... Okay doch ich bin richtig... So 17 Minuten... Wird das sein oder so... Egal... Bis zum nächsten Mal bei... Lucia 2...